Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's The Division 2. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Goldmeisterstufe im Kenley College geschafft habe, in der Bibliothek. Und zwar auf der Schwierigkeit herausfordernd und solo. Ich zeige am Ende auch, welche Skillung ich benutzt habe, also welchen Build. Im Endeffekt geht das hier um unaufhaltsame Kraft. Und ich habe bei den Gadgets die Heilungsdrohne und die Heilungseeker-Mine drin. Da das Ganze ziemlich anstrengend ist und ich nicht mehr der Jüngste bin, muss ich mich dabei unheimlich konzentrieren. Und deshalb ist der Rest vom Video unkommentiert. Es war auch nicht der erste Versuch, ihr werdet sehen, da liegt schon ein Haufen Loot rum. Aber am Ende hat es gereicht. Wenn euch das Video am Ende dann gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich, wirklich ein Like, denn das ist einfach unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Und dann geht's. Das war's. 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 Die Tonationssequenz auf Militärfunkgerät entdeckt. Die Outcasts scheinen die von Froteus geborgenen Funkgeräte zu zündern umgebaut zu haben. Funk auf dieser Frequenz wird gestört. Stören fehlgeschlagen. Feuerlöschanlage entdeckt. Feuerlöschanlage inaktiv. Wasserdruck nicht ausreichend. Feuerlöschanlage in der Kategorie. Wasserdruck wieder hergestellt. Feuerlöschanlage voll funktionsfähig. Sprengfalle analysiert. Die Outcasts haben die Funkgeräte reaktiviert und benutzen die Säure aus dem Konvoi für den Bau ihrer Sprengfallen. Sprengfalle analysiert. 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 Ich geh mal auf, Mensch. Ich soll was tun? Der Nächste geht den Weg. Naht auf ihn. Mehr Blut an euren Händen. Vadafuh. Meine letzten Minuten. Synchronisieren Sie jetzt beim Echo die Untersuchungsdaten. Untersuchung. Unkonventionelle Sprengvorrichtung abgeschlossen. Untersuchung ausgewählt. Verschlüsseltes Militärfunkgerät. ProToys hat verschlüsselte Funkgeräte geborgen, mit denen die Outcasts irgendein Signal verbergen. Sie müssen eines der Geräte sicherstellen, damit Eiser ihren Funk anzapfen kann. Das ist ein Schuss. Verrätigungsdaten. Deshalb ist er, die Usek unteren Sie hat. Aber wir können ihn voll, es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Da ist ein Schuss. Verfolge Funksignal. Tür verschlossen. Sicherheitsprotokoll nicht überschreibbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sicherheitssystem ausgeschaltet. Verschlüsselte Radiofrequenzen infiltriert. Funkmobilteil entdeckt. Infiltriere Terminal. 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 Ja, das ist gut. 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 Ja, das ist gut.